Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um eine Analysteneinschätzung zu Morphosis. Zwei Investmentbanken senken das Kursziel von Zalando. Apple konnte mit den vorgelegenen Quartalszahlen überzeugen. Der Bieterkampf bei der Software AG geht weiter. Adidas musste im Q1 einen Verlust hinnehmen. Und zu guter Letzt schauen wir auf die Zahlenvorlage von SGL Carbon. Fangen wir direkt an mit Morphosis. Denn ein Analyst der JP Morgan hat das Kursziel hochgestuft von 11 auf 12 Euro. Die Einstufung bleibt weiterhin bei Underweight. Also eine Verkaufsempfehlung. Das liegt ganz einfach daran, dass Morphosis bei über 20 Euro liegt. Der Analyst hat in einer vorliegenden Studie gesagt, dass es kurzfristig doch einige Risiken für Morphosis gibt. Der Wettbewerb ist gestiegen. Man hat im gleichen Zug auch die Schätzung für den Umsatz gesenkt. Allerdings auch die Schätzung für die Betriebskosten. Auch diese hat man gesenkt. Das heißt also das Ganze gleicht sich so ein bisschen aus. Trotzdem durch den großen Wettbewerb gibt es natürlich durchaus Risiken. Kommen wir mal zu zwei Bewertungen von Zalando und fangen direkt an mit Goldman Sachs. Denn die haben das Kursziel gesenkt von 49 auf 48 Euro. Die Einstufung bleibt weiterhin eine Kaufempfehlung also bei. Der Analyst geht davon aus, dass man einen langsamen Start jetzt auch im zweiten Quartal hat. Trotzdem ist das Kursziel natürlich noch einiges über dem aktuellen Kurs mit rund 32 Euro. Genauso ist das Kursziel von der Credit Suisse noch immer relativ hoch, auch wenn es gesenkt wurde. Und zwar von 46 auf 43 Euro. Die Einstufung bleibt natürlich auch hier weiterhin bei Outperform, also eine Kaufempfehlung. Mittelfristig sei das Wachstum des Modehändlers mit Unsicherheit behaftet. Allerdings könnte es sein, dass sich diese Bedenken im zweiten Halbjahr schon wieder geben. Damit kommen wir zu den Quartalszahlen von Apple, die ja gestern Abend vorgestellt wurden. Insgesamt sank der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal um 3% auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Da muss man natürlich sagen, wegen den Wechselkursen, wegen den schlechten auch unter anderem, sonst wäre das Ergebnis ungefähr gleich geblieben. Der Gewinn lag bei 24,15 Milliarden US-Dollar nach 25 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Vor allen Dingen überzeugen konnte tatsächlich das Dienstleistungsgeschäft, also die Services. Dort konnte man einen absoluten Rekordwert verbuchen mit 20,9 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz sowohl bei den Mac-Computern fiel, als auch bei den iPads. Im iPhone-Geschäft legte der Umsatz dagegen zu und zwar um 1,5% auf 51,33 Milliarden US-Dollar. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass man im letzten oder im Vorquartal noch relativ viele Probleme hatte, was die Produktion angeht und sich deswegen einige Anlieferungen aufgestaut hatten. Goodman Sachs hat auch im gleichen Zug das Kursziel von Apple nochmal angehoben und zwar von 200 auf 209 US-Dollar. Die Einstufung bei wird natürlich belassen. Apple hat ein starkes Quartal hinter sich. Man konnte die Erwartungen, was den Gewinn, aber auch den Umsatz angeht, tatsächlich übertreffen. Übrigens, die Dividende wird erhöht und es wird auch Aktienrückkäufe im Wert von 90 Milliarden US-Dollar geben. Kommen wir mal zum Bieterkampf zwischen Silver Lake und auch Bain Capital. Die möchten ja beide die Software AG haben, denn Silver Lake hatte ja 30 Euro geboten. Die haben jetzt ihr Angebot nochmal angepasst auf 32 Euro je Aktie natürlich. Bain Capital hat ein Angebot abgegeben für 34 Euro je Aktie. Die Software AG unterstützt trotzdem weiterhin das Angebot von Silver Lake, also das etwas niedrigere Angebot. Man möchte gerne auch den Aktionären die Annahme des erhöhten Angebots von Silver Lake empfehlen. Bain Capital hat gut 10% der Anteile, rund 4,5% über Aktien direkt. 5,5% der Stimmrechte hat man sich über Finanzinstrumente holen können. Silver Lake besitzt bereits über 30%. Kommen wir mal zu Adidas. Die konnten nämlich im ersten Quartal einen operativen Gewinn von 60 Millionen Euro erreichen. Das ist natürlich noch deutlich weniger als die 437 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die operative Marge verschlechterte sich von 8,2% auf 1,1%. Nach Steuern betrug der Verlust 24 Millionen Euro nach einem Gewinn von 310 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie lag bei einem Minus von 18 Cent je Aktie. Vorher waren es 1,60 Euro je Aktie. Nach Steuern und Dritten betrug der Verlust sogar 39 Millionen Euro. Der Umsatz ist nominal gesunken und zwar von 5,3 Milliarden Euro auf 5,274 Milliarden Euro. Adidas sieht aber trotzdem Lichtblicke und zwar vor allen Dingen im China-Geschäft. Übrigens auch die Prognosen fürs Gesamtjahr wurden nochmal bestätigt. Der Umsatz soll währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Der maximale operative Verlust soll bei 700 Millionen Euro liegen. Und dann kommen wir auch zur letzten Nachricht und zwar zu SGL Carbon. Die Erlöse sind nämlich zwischen Januar und Ende März um rund 5% gestiegen und zwar auf 284 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich um 9% auf 40 Millionen Euro. Unterm Strich blieb mit 15,3 Millionen Euro trotzdem etwas weniger als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet man weiterhin einen stagnierenden Umsatz. Im schlimmsten Fall einen sinkenden operativen Gewinn. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 160 und 180 Millionen Euro liegen. Das ist so mittelmäßig, um das mal so zu sagen. Deswegen ist SGL Carbon auch etwas unter Druck gekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.